Norddeutscher Rundfunk 2021 Danke. 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 Ist gut. Gott zum Gruße. Ich darf Ihnen aus dem Headquarter der Kirche ein gesegnetes Osterfest wünschen. Seit Anbeginn der Zeit ist die katholische Kirche im Markt präsent. Doch hört man allenthalben Menschen rufen, Gott ist gut. Aber sein Bodenpersonal verkackt, bestialisch. Was ist da los? Ich darf Ihnen zurufen, nix. Alles gut. So ist das nun mal in gewinnorientierten Unternehmen. Irgendein Abteilungsleiter hat immer Dreck am Stecken. Ein widerliches Bild, dass man 1a so stehen lassen kann. Einige wenige Geistliche haben kurz dumme Dinge mit Menschen gemacht. Mit einige wenige meinen wir in diesem Falle verdammt viele. Mit dumm, menschenverachten und zerstörisch. Mit kurz lange. Und mit Geistlichen so ziemlich jeden Posten bis knapp unterm Papst. Können wir aber im Prinzip nix für. Denn Josef Ratzinger, Papst AD und nun der Dumbledore des Vatikan, hat's doch erklärt. Dass junge Menschen massiv in der katholischen Kirche missbraucht wurden, können sich die 68er auf dem Zettel schreiben. Das hippige Zücht ist schuld. Und Herr Ratzinger gibt zusätzlich zu bedenken, wenn man nicht schwimmen kann, liegt's auch immer in der Badehose. Außerdem werden sie Sexualstraftäter von der Kirche bestraft. Die müssen, wenn sie erwischt werden, umziehen. Ab in eine völlig andere Gemeinde. Die unbefleckte Versetzung. Da stehen sie dann. Neue Schäfchen. Du kennst keinen WLAN. Vielleicht so langsam. Der Grieche an Mittwochs Ruhetag, ein Albtraum. Da kracht des Klerus eiserne Faust hart auf das Pult der Gerechtigkeit. Da kennen wir nix. Der Papst wird das auch noch mal betonen, wenn er bei seiner Keynote am Ostersonntag zu Ihnen spricht. Das werden harte Worte. Grobi et Orbi. Vielleicht. Er guckt mal. Oder wie Herr Ratzinger gerne sagt. Kommt Zeit. Kommt Zeit. Wir sind die Guten. Gerade mit Worten. Das wissen Sie. Aber wir machen Fehler. Ja, das wissen wir. Andererseits sind wir echte Player. Gerade was den Mammon angeht. Wir sind, und das sagen wir nicht ohne Stolz, der größte Grundbesitzer Deutschlands. Neulich in der kleinen bayerischen Stadt Eichstätt hat die katholische Kirche bräsig mit Immobilien-Spekulationen Kohle verballert. 48 Millionen. Geld weg, Immobilien weg. Ein feste Burg. Sieht anders aus. Aber das sind Kleckerbeträge. Die von der Erzdiözese München haben geschmunzelt. Aber das sind eh die lässigsten. Die haben knapp 6 Milliarden Euro auf Tasche. Als eine von 27 Diözesen. Aber über Geld, speziell die Kirchensteuer, spricht man nicht. Das lässt man sich vom Brutto abziehen. Also Sie. Geben ist seliger als nehmen. Und haben ist besser als brauchen. Immerhin. Wir benutzen das Geld. So viel können wir versichern. Punkt. Ende vom Satz. Die katholische Kirche ... So viel steht fest. Wird fortbestehen. Ein uralter Mann wird einen anderen uralten Mann ersetzen. Vieles verjährt. Der liebe Gott blickt auf uns alle herab. Aber wir bleiben, wer wir sind. Warum auch nicht? Man verändert sich ja nicht einfach von einem Jahrhundert aufs andere. Also bleiben Sie bei der katholischen Kirche. Dem besten Betriebssystem für Ihre Seele. Dem Original hart, aber herzlich im Zeichen des Kreuzes. Amen, schöne Ostern. Ich muss los. Dankeschön.